So, in Notfall, wenn du eine Waffe hast, du nicht so gefangen hast. Schluss mit den Spielchen! Es geht ins Kriegsgebiet! Das heißt doch auf Sicherheit eher, dass ich einmal auch überlebe. Ja sicher! Sonst macht es ja gar nicht viel. Ein paar Sterben, so wie jetzt. Battle Royale! Achtung! Das Gas breitet sich aus! Zur Sicherheitszone gehen! Du bist ja dran eigentlich. Das geht schon! Scheiße! Wir haben einen Schock! Klappt immer in den anderen. Oder in die Gegend. Also ich habe nie mehr Richter sogar geschafft. Da verspringelt viele ab. Dann wird keine Alternative. Achso, das ist eh oben. Da kann man dann anschauen. Ich darf nicht umschauen. Tower ist es nicht. Also oben. Oben Tower nicht. Aber ich glaube, du schaffst das so auch nicht hin. So schaffst du es. So ist es. Oder wir landen hier. Markiert! Ich geh! Achso, oder ins Loch runter. Wo bist du jetzt? Ich bin gerade immer hier. Ich bin sogar im Turmschaff. So. So, das könnte einer gleich hier die haben. Ah, nein. Ziele sind markiert. An die Arbeit. Ziele sind markiert. An die Arbeit. Okay. Wo ist die Verlage da? Am Dach. Also doch am Dach. Okay. Okay. Ja, nicht am Towerdach. Aber am Dach von hier. Hast du schon irgendwelche Geschäften? Weitliche Drohne über uns! Ja, Polschock und ja, knapp. Ich hab noch immer Pistl. Ja, hier liegt es nicht. Oh, und vielleicht ein Towerdach. Es gibt sowas nicht. Aber am Dach hat es nicht. Guckt's nix. Und ich seh auch nicht, wo das sein soll. Und da muss ich. Ah, die Handauten. Ah, okay. Ziele aktualisiert. Diese Position sichern. Das Gas nähert sich dir. Was kann ich? Hinspringen. Ich hab noch immer keine Waffe. Oh, da ist eine Kiste drin. Oh, da ist eine Kiste drin. Oh, da ist eine Kiste drin. So, Friedrich. Sie sind in der Sicherheit. Friedrich, Friedrich. Friedrich, Friedrich. Das ist ausfällig jetzt. Auftrag abgeschlossen. Aufklärungsdaten gesichert. Ich hab hier ein paar Primärgranaten. Aufklärungsdaten. 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 Ah, klar. Da ist das nicht so. Aufklärungsdaten. Aufklärungsdaten. Und wenn das gesch § dann ist das nicht so. Zu einsch adaptieren will die Kick. Ausfällig beispiele im combinations prendieren. Nein! Da oben werden wir alle gewissen. Okay, gehen wir dahin! Ich weiß noch was ich meine. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Feindliche Drohne über uns! Kopfgeld zielaktiv! Holt es euch! Ich glaube wir werden gleich den Shop auch bei der Backgarage. Ja! Ich gehe rechts! Ach! Ich gehe dann links! Ich gehe rechts! Ich gehe rechts! Ich gehe rechts! Ich gehe rechts! Was kommt hier? Feindliche Drohne über uns! Was? Ist der bei dir? Ich habe alles rum! Ah ok! Warte! Warte! Ui! Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs! Das Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet! Gut gemacht! Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs! Nice! Das Gas breitet sich aus! Neue Sicherheitszone gefunden! Bitte? Ich gehe noch Drohne kaufen! Nein! Selbstwiederbedingungen haben wir gesagt! Bitte? Selbstwiederbedingungen! Selbstwiederbedingungen! Das Missionsziel lautet das Kopfgeldziel auszuschalten! Das Missionsziel lautet das Kopfgeldziel auszuschalten! Warte ich habe noch! Kannst du eine Drohne kaufen? Okay! Das ist jetzt aber noch nicht da! Ich habe keinen Gäste! Das Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet! Gut gemacht! Bitte? Wir sind in der Sicherheitszone! Gleich geht's hier heiß her! Wir sind in der Sicherheitszone! Wir sind in der Sicherheitszone! Kopfgeldziel identifiziert! Bringt das Schwein zur Strecke! Gibt's schon echt nicht! Wir sind in der Sicherheitszone! Die sind immer weit weg! Drohne einsetzt! Wir brauchen Augen! Schickt die Aufklärung! Drohne erreicht Einsatzgebiet! Sofortdruck! Sofortdruck sind gleich hier! Rücke vor! Ich weiß nicht! Ich glaube wir sind immer los! Ja! Wir sind abgesprungen! Wir sind in der anderen Seite! Wir sind in der anderen Seite! Achtung! Dronen treffst die Schmänner! Drehgeld da! Geld! Ich seh ihn nicht. Ist das? Geld? Ich seh ihn auch nicht, aber er hat keinen Schuss mehr rum. Kommt man halt auch nur von außen rauf. Den Testobox. Ich krieg den Schuss. Wer ist own? Ich muss jetzt die Angriff. Du hast den Angriff. Der Angriff. Angriff. Die Angriff. Sie müssen aufbauen. Kippenwerfer! Leute woher war der jetzt? Und? Warum kommt das auf das um? Haben wir einen Schiedsbrück durch? Was noch haben wir? Kippenwerfer! Boah, was ist das? Kippenwerfer! Kippenwerfer! Geh dorthin! Der Fein hat sich verloren! Du bist sicher! Fahrbahn! Aus und zweit! Alle treffen sich! Oh! Unterbeschuss! Kippe der Kiste! Ja, gehen da hin! Das war eine Betäubungsgranate! Sehr stark gespielt, was das ist! Oh! Keine Schlappleiter! War gut! Da oben sich positionieren, haben wir nicht mehr gerechnet! Hab ich immer gedacht, ich hau mich dort aufs Haus auf! Da hab ich noch was! Zeit ist um! Auftrag abbrechen! Das Gas breitet sich aus! Sicherheitszone wird verlegt! Lass mal durch! Kann ich aber hier kaufen gehen! Bitte? Ohne oder was? Platte! Wir brauchen Platte! Wo gehen wir von was jetzt? Drei zusätzlich! Was tut du das denn? Drei zusätzlich! Okay, dann gib mir eine Platte! Ja! Oder gib mir alle deine Platten! Machen wir es so! Und trafst du dir die Platte ran! Und dann... Deine Drohne! Okay! Aber war zum Beispiel jetzt gut von dir, dass du hier oben positioniert hast, du hast ja nicht das Konzept gemacht lassen! Du bist da auf den Denkern gegangen, von dem Sniper! Ich hab ihn von der Seite geholt! Oh! Oh! Hier reicht der Land zum Einsatzgebiet! Puh! Haben! Haben! Oh! Rücke vor! Ja! Setz halt gleich die Drohne an! Und da hast du... Seindliche Drohne über uns! Braucht das jemand? Verbündete Drohne ist in der Luft! Das Gas breit ist nicht dran! Schick dir auf selber! Hab ich schon! Okay! Warten setzen! Scheiße! Hör zu Soldat! Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front! Aber wenn du verlierst, ist es... Achtung! Drohnentreibstoff ist knapp! Du bist dran! So! 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 Ja, der Bakker hat es hinten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Gibt es dann noch einen Job in der Zone? Ja, aber genau in der Mitte Umgeben von Stein ein bisschen, aber trotzdem sehr open field War der nicht in dem Dach? Ja, aber ich schieße Es geht ja nicht zu viel Ich schieße das Kopffeld zu Verzieht auch ordentlich die Waffe Wie krass Er zieht nicht halt, das sind halt was der jetzt vor 100 Meter Ah, ok Da ist einer Versorgungsstation gefunden Achso, ne, warte mal, Blödsinn Versorgungsstation gefunden Da hättest du ein Haus Da hättest du ein Haus auch als Deckung Aber dann muss ich über die Straße davor Aber dann muss ich über die Straße davor Ich werde fahren Ich werde fahren Ich werde fahren Begegnos nicht kennenlernen Der Kampf ist vorbei Das ist jetzt eine Geisterstadt Jetzt kann er sich mit dem Lohnabend noch beplanen Wie jetzt steht in der Sicherheitszone Gleich geht's hier halt her Ja, ja, ich geh unten rein Ich hab' geiles zusammen, oder bin ich? Oh! 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 Ja, das würde ich sagen Geh' nicht unten rein Logisch, das ist aber Zwei unter dir Ja, ich weiß Neun Feinde sind noch aktiv Aufspüren und Ausschalten Es waren nur noch 10 übrig Wir haben vergessen, aber beim nächsten Mal kehren wir stärker zurück Aber trotzdem them.